Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der DRK Sprechstunde im Rahmen der Medizinakademie des DRK Karlsruhe. Ich freue mich, dass wir heute mit Herrn Dr. Johannes Reul einen ausgewiesenen Experten haben zu dem Thema, das wir beleuchten möchten, nämlich Organspende. Ein aktuelles Thema. Herr Dr. Reul ist in der Klinik für Kardiologie, Intensivmedizin und Angiologie der Mediaklinik in Karlsruhe tätig. Herzlich willkommen. Die erste Frage, wie groß ist der Bedarf? Der Bedarf an Spenderorganen ist sehr viel größer als die Zahl der Spenderorgane, die zur Verfügung stehen. In Deutschland warten derzeit ungefähr 10.000 Patienten auf ein Spenderorgan, die meisten auf eine Niere. Die Patienten, die auf eine Spenderniere warten, haben als Ersatzverfahren die Dialyse. Dann gibt es aber auch die Patienten, die auf ein Spenderherz, eine Spenderlunge oder auf eine Spenderleber warten. Bei denen ist es so, dass durch die schweren Erkrankungen viele dieser Patienten tatsächlich auf der Warteliste versterben. ungefähr alle acht Stunden verstirbt ein Patient auf der Warteliste. Gibt es Regelungen für die Organspende und wie sehen die aus? Alles rund um das Thema Organspende, Transplantation wird geregelt im Transplantationsgesetz. Das wichtigste oder die wichtigsten Voraussetzungen für die Organspende sind natürlich die zweifelsfreie Feststellung des Todes vor einer Organspende und zum anderen die Zustimmung zu einer Organspende. Zustimmung ist das Stichwort. Es gibt ja viele Menschen, die keinen Spenderausweis haben. Wer entscheidet dann? Der Spenderausweis ist natürlich die beste und klarste Situation für alle Beteiligten, weil darin Zustimmung oder Ablehnung vom Betroffenen schriftlich festgehalten ist. Andere schriftliche Festlegungen gehen genauso in einer Patientenverfügung. Wenn nichts dergleichen vorliegt, dann werden im Fall der Fälle die Angehörigen befragt, wie der Wille vom Betroffenen war, ob sie den Willen kennen. Ist das nicht so klar der Fall, dann wird versucht, den sogenannten mutmaßlichen Willen herauszufinden. Was hat der Betroffene gesagt zum Thema, wenn politische Diskussionen darüber zur Sprache kamen? Was hat er für Wertvorstellungen? Und so erfolgt dann die Entscheidungsfindung. Wie läuft eine Organspende, ich sage es mal technisch, ab? Zunächst müssen die Voraussetzungen geklärt sein, also zweifelsfreie Todesfeststellung und die Zustimmung. Ist das der Fall, dann werden Spezialisten von der DSO, von der Stiftung Organtransplantation verständigt, die dann in die Klinik kommen, wo der Betroffene versorgt wurde. Die machen sich dann ein Bild vom Betroffenen, vom Organspender, erheben die Krankengeschichte, sich die ganzen Befunde aus der Krankenakte und dann wird überprüft, ob und welche Organe für eine Organspende in Betracht kämen. Und wenn Organe zur Organspende in Betracht kämen, erfolgt dann die Meldung dieser Spenderorgane an eine Organisation, an die Organisation Eurotransplant. Das ist ein europaweiter Verbund, wo sich acht Länder beteiligen und dort wird dann entschieden, wer von den Patienten, die auf den Wartelisten in den Ländern stehen, das Organ zugeteilt bekommt. Die Kriterien sind Erfolgsaussicht und Dringlichkeit und ganz wichtig, die Klinik, in der die Organe gespendet werden, hat nichts mit demjenigen, hat nichts zu tun mit der Organisation, die die Organe zuteilt. Das heißt, wir wissen nicht, wer das Organ bekommt. Wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Jetzt ist der Tod festgestellt. Funktionieren die Organe nach dem festgestellten Tod überhaupt noch? Die Organspende kommt in einer ganz besonderen Situation in Betracht und zwar auf einer Intensivstation, wenn der Patient verstorben ist, wenn alle Hirnfunktionen unwiderruflich erloschen sind, der Patient aber zugleich noch an Maschinen hängt, die die Kreislauffunktion und die Organfunktion aufrechterhalten. Dadurch, dass die Kreislauffunktion noch maschinell nach dem Tod aufrechterhalten wird, funktionieren die Organe weiter und kommen in dieser Situation für eine Organspende in Betracht. Werden alle Organe entnommen? Das richtet sich nach der Zustimmung. Man kann auch im Organspendeausweis ganz ausdrücklich sagen, ich möchte das oder das oder ich möchte das oder das nicht. Und das andere ist natürlich die Eignung der Organe, die von den Spezialisten, die dann in die Klinik kommen, überprüft wird. Und wo kriege ich den Ausweis möglichst unbürokratisch und schnell? Viele Möglichkeiten. Es gibt das Infotelefon-Organspende über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Krankenkassen. Darauf möchte ich jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hinweisen. Von dieser Möglichkeit, Gebrauch zu machen, haben Sie herzlichen Dank, Herr Dr. Reul, für diese Information, die sehr wichtig ist für uns alle. Herzlichen Dank.